Twitch Clips Das ist das Neueste Okay, Abfahrt, Freunde, rein da Ich habe Lust, let's go Hab ich Bock drauf Bro, dein T-Shirt ist falsch rum Wie lange hat er schon gestreamt zu dem Zeitpunkt? Digger, geile Aktionen Danke Warntest Warte, sehe ich ein Test-Shirt Der Känguruhund Wo ist Juli hin? Oh mein Gott, bist du schwanger? Ja Lass es raus Das Kind, hol es raus Ich muss es oben rum rausholen Warum? Unten ist zu Das ist gemein, ne? Juli, komm hoch Hallo Ist da die Katze drin? Ja, will ich Was tut sie mit dem armen Hund, Digger? Der Hund ist drin, ja, moin, Digger Er hat sich hingelegt Ernsthaft? Dieser Hund Oh, wie süß Das ist actually, actually, sweet Das ist absolute Wahnsinn Zeig doch mal, mach die Koffer da was Digger, wie das aussieht Digger, zeig sie mal, zeig sie mal Der Kühlschrank ist cool, muss ich sagen Der ist cool Das mache ich Wow, der macht es dort super hier stehen Ist es eine echte Figur oder ein Power-Aufsteller? Ah, sieht aus wie ein Power-Aufsteller Oh, okay Ich kann wirklich öfter mit ihm Juli, komm mal raus jetzt Du kommst doch immer raus Komm raus Hallo Oh, wie sweet Actually, sehr sweet Ein Känguruhund Schauberei Ihr seht hier ein Gummiband, ne? Ja, sehe ich Das hier quasi um meine zwei Finger drum ist, ne? Ja, sehe ich Aber es ist irgendwie seltsam, oder? Es ist irgendwie seltsam, wenn dieses Gummiband hier um die zwei Finger drum ist Und wenn ich so mache, dann ist das Gummiband hier um die zwei Finger drum ist Und wenn ich so mache, dann ist es auf den anderen hier um die zwei Finger Oder? Es ist irgendwie seltsam, wenn dieses Gummiband hier um die zwei Finger drum ist Und wenn ich so mache, dann ist es auf den anderen zwei Finger Hä? Zwei Finger drum ist Hä? Hä? Das ist der Kaffee drum, Freunde Hä? Wenn ich so mache, dann ist es auf den Ich reile das nicht, Freunde Ist mir auch scheißegal Ich reile das nicht In den anderen zwei Fingern Hä? Wie macht er das? Baum müde Ah, Maul Was hängt sich auch ein Baum an die Decke? Er ist unten Oh shit Bitte nicht nachmachen Ich muss nur ein Handschuh nehmen Alter, das ist wirklich brutal, ne? Hast du ein Handschuh für mich? Auch diese Soßenmischung ist krass Stimmt, die Soße sieht man jetzt gar nicht mehr Oh Bist du, bist du Alter Was macht denn ein Handschuh auf die Platte? Ja, Moin Keine Ahnung, das ist die Anne Sag mal Hat das gerade einer gesehen? Ich habe Bock auf Burger Das hat niemand gesehen Oh Headshot Ich muss durch die Cam gucken Ich muss durch die Cam gucken, ich die Cam sieht man sie glaub Oh Oh, das ist schon wieder Oh, Moin Das war Volltreffer, ey Oh, 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 oh Wie verrät ihr Geheimnis? Aus dem Mund? Soll ich euch mal ein Geheimnis zeigen? Das verrate ich euch jetzt aber. Ja, hau raus, ich will es hören. Guckt mal kurz. Wisst ihr? Ihr wisst doch, dass ich immer so nasal rede. Das liegt darin, dass immer ein Nasenloch zu ist. Ich zeige euch das mal. Ist aber bei mir auch so. Bei mir sind meistens sogar zwei Nasenloch. So, warte mal vorne. Ich rede ja auch immer so ein bisschen so leicht nasal. Ich kann auch kaum durch die Nase gut atmen. Und atme halt quasi fast nur durch den Mund. Weil durch die Nase atmen hört sich so an, wenn ich ja durchatmen möchte. Das geht nicht. So, da kommt halt super wenig Luft durch. Durch meine Nase. Weil meine Nasenwand ist halt schief. Hm. Klobürste. Danke für das verschenkte Sub an schwangere Klobustere. Klobuerste. Klobürste. Ich kann nicht lesen. Oh mein, nein. Der Tiefel ist teuer. Oha. Actually cool. Hallo Katze. Oh, Katze, komm hoch. Hier. Komm hoch. Hallo Katze. Freunde, wir haben eine Katze gefunden. Sie wollte hier hoch. Ja, hallo. Ja, hallo. Möchtest du dich da hinsetzen? Perfekt. So, dann gucken wir weiter, Katze. Das hast du gesehen, ne? Das hast du gesehen. Oh mein Eichhörnchen. Oh mein Gott, wie süß. Die lauten Frauen sind weg. Was heißt Hase? Rabbit poop. In German we say Hasenkacker. Then you put it in your Mund. Und was ist schön. Dann du puckst Milch. Oh nein. Du schmierst Schimmel in den Mund. Und dann du schmierst Puckit in den Mund. So. Möchtest du die umdrehen, Katze? Dunt erstick. Dunt erstick. Sonja hat jetzt eine Putzfrau. Putzfag, Eiler. Was war denn da was los mit dir? Tschüss Katze. Wir sparen wieder in den Urlaub. Ah, doch nicht. What the fuck. Oh, hallo. Schön. Oh mein Gott. Warum hat die hier Löcher? Das ist in der Nase, du Esel. Wie, warum hat die da Löcher, Fabo? Ist das dein Ernst? Nase? Was ist denn sonst, Fabo? Ist nicht der Schnabel die Nase? Das ist der Mund, du Esel. Rauchen ist ungesund. Rauchen ist ungesund? Ach echt? Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre gesund. Oh mein Gott. Ich dachte, ich könnte einfach eine Zigarette nehmen und die essen. So. Ja, Lukas. Lecker. Ihr wolltet das. Oh, wie sie sich am Arm reibt. Lass jetzt los, die Kraft, sie ist grenzenlos. Tschüss. Lass jetzt los. Lass jetzt los. Und ich schlag die Türen zu. Es ist Zeit. Nun bin ich bereit. Und ein Sturm zieht auf. Ja, ihr wolltet, dass ich sing. Clear voice, true. Dieser Blick. Oh, die Katze, Alter, die hat auch keinen Bock. Das ist nur eine richtige Granny-Katze. Na ja, immerhin. Okay, heizt Maul. Heizt Maul. Okay, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ich kann es schaffen. Eins, zwei. Verarsch mich nicht. Ich weiß nicht, was die drei und die vier ist. Das ist die drei und die vier, aber ich weiß nicht, welche. Von Ernst? Cooler Vater. Hehehe. Juhu! Ja! Wir beide sind so Leserspüter, so Juhu! Ich brauche immer ein Laserschwert irgendwann. Ich werde ich dir dafür. Tschüss. Tschüss. Hahahaha. 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 Das war es wieder komplett. Oh, Danny. Oh, ne. Was hat Danny gemacht? Top Female Streamers World. Machen wir Elite-Aid. What the fuck? Okay, man sieht zum Glück nichts. Man sieht nur verpixelt, Freunde. Huh, Glück gehabt, Freunde. Glück gehabt, Glück gehabt, Alter. Hui. Okay. Kann man sich nur an den Kopf greifen. Nein, nein. Wusstest du, dass wenn du eine Steißgeburt warst und mit dem Po zuerst rauskommst, hattest du deine Mutter kurzzeitig als Hut, kennt man. Deine Mutter für eine Millisekunde als Hut. Zum Anfang mal den Appetit anregen. Kurz einmal für Mp, einmal die Piz, okay? Oh, die sieht geil aus. Oh, die sieht schön nice aus. Aber da ein bisschen wenig Käse drauf. So sieht sie aus. Bissen wir nicht Käse. Mp ist Piz-Fan, okay? Oh, dude. Oh, nein. Schön auf das Stream Deck drauf. Schmackofatz. Digga, letztes Nacht, da liegen einfach. Hat sie nicht gesagt. Okay, was hat Baso gesagt? What are you doing? Stepchat. Stepchat. Ah, Stepstreamer, I'm stuck. Warum hab ich das gesagt? Antoni, allo. Okay, was hat Reeve gemacht? Zünd's an und zünd dann hier. Erstmal an. Genau. Du hast es ausgepustet. Ich wollte, ich wollte mit, ich wollte mit mehr. Warum hat sie es ausgepustet? Ja, Sauerstoff, äh, damit, äh, ich wollte mehr Sauerstoff dran machen, damit es größer wird. So macht man. Toni? Are you okay? Du weißt schon, dass es dann ausgeht, wenn du es auspustest. Du hältst den Streichhölz einfach so, dann wird es größer. Mein. Ist das ihr ernst gewesen? Genau, Kevin. Ich glaube, ich hab'n Maschinenfetisch. Hahaha, Mum. Sind das Tennisbälle? Och, Dicker. Das kann, der Freund, das ist doch acted, oder? Das kann ja nicht ernst meinen, Chat. Das kann ja echt nicht ernst meinen hier. Das ist ja acted. Bruder, hast du noch nie Federbälle gesehen? Och, nee, das, nee, Dicker, nee. What the fuck? So werden Tennisbälle hergestellt? Das sind Federbälle, du Esel. Lecker Vanille-Creme. Das ist doch acted, oder? Das ist doch acted. Recht easy hier drüber. Kann ich das machen? Oh. Bisschen Spritzgebäck in den Mund. Oh. Das war super weird. Oh. Die Welt geht wieder mal unter. Die Welt geht unter Lily Time Talk. Paket abgeholt, und da dachte ich mir so, okay, jetzt kann ich noch was einkaufen gehen für morgen, für Silvester. Geh so zu Lidl. Steh da so, wollte gerade meinen Einkaufswagen holen, und dann seh ich, wie die Leute um den Lidl herumstehen. Ries'n Schlange. Sah aus wie ne Dokumischlange. No shit. Hab gedacht, was ist denn hier los? Ich hab jetzt gedacht, die stehen für Leergut an, aber nein, sie standen an, um einkaufen zu gehen. Einmal Silvester, da geht jeder noch mal schnell. Welt geht wieder unter. Unnormal. Volltreffer. Oh, ein Nippel gleich. Oh Gott, Jesus. Ei, ei, ei. Tschüss. Ein glücklicher Hund. Oh, der ist wirklich süß. Der ist wirklich glücklich. Ich bin so reich. Ein Millionen Euro in der Schweiz. Mösi, vertreibt's mal wieder komplett hier, Freunde. Mösi mit der 50er-Bomb. Mösi, vielen lieben Dank für den Big Support. Kuss. Chat. Bisschen Ehre für Mösi in Chat, bitte. Happy Birthday. Insane. Vielen lieben Dank. Aber dieser Hund ist so unfassbar glücklich. Oh, wie glücklich der ist. Ganz normaler Verkehr. Digga, wo ist der Junge eigentlich, dieser Pat? Welches Land ist das? Viel Erfolg, Leute. Die Tour de France beginnt jetzt. Tour de Vietnam. Ach, Vietnam ist der. Okay, okay. Gut, dass er gesagt hat. Das geht noch. Das geht noch. Geht aber noch bis dahinten hin. Und von links kommen sie auch. Ich dachte, wir werden bezickelt. Ungeschickt. Ich bin irgendwie gut zu öffnen, aber ich stelle mich gerade hier zu. Warum kann keiner normale Bierflaschen öffnen, Freunde? Man macht einfach so. Warte, wo ist der Deckel? Tutorial für Bierflaschen öffnen. Das ist jetzt nicht so schwer. Deckel ist drauf. So. Dann setzt man das so an. So. Mach, dass du guten Grip hast. Dass das Vorherzeug so halten würde. Und dann machst du einfach... So schwer ist es auch nicht. Dem nicht an. Ach, die machst du mit dem Daumen, ne? Mit dem Daumen mag ich... Stark. Fuck. Es ist überall hingespritzt. Kenn ich. Ei, 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 Freunde. Waren wilde Folgen heute mal wieder. Waren wilde Folgen. Schaut auf jeden Fall auch bei Twitch heute noch vorbei. Falls ihr mehr von dem Video sehen wollt. Waren wilde Folgen wieder. Man kennt ihn, man kennt ihn. Vielen Dank.